Hallo, zurück zu Let's Play Diablo 3. Die Demo-Variante. Schauen wir uns einfach mal an. Wir sollen irgendwelche komischen... Das klingt ja total doof. Äh, äh, alten Mütter... Ähm, äh, beseitigen. Ach, war's das schon? Okay, na dann. Zumindest gab's ein bisschen Loot. Was hab ich da eigentlich genau aufgedingst? Oh ja, erhöht den Radius in den goldenen Heilkugeln. Abgesandt werden um zwei Meter. Na, immerhin. Fünf Rüstungen und so weiter, äh, ja. Jetzt sind es mit meiner Hose. Magischer Brustschutz ist aber auch eher... Als wäre eine Farbe, die ich auf mich drauf gemalt hab. Ähm. Na gut, da würde ich jetzt sagen, gehen wir da mal rüber. Gehen wir nach Süden, oder? Boah, also, es ist echt jetzt ein Spiel, wo die Maus dann wirklich... Quaste gefallen, Stern. Achso. Ja, hallo? Ja, 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 ja. Dann gehen wir mal nach Süden. Oder sind wir dahergekommen? Dass wir daherkommen. Da sind wir doch hergekommen. Können wir hier so laufen? Schade, das blickt ja nicht. Was sind die alten Ruinen? Wo sind die alten Ruinen? Das da. Ah, da muss ich halt durch die Stadt durch... Hä? Hä? Guck mal, wir laufen mal durch. Ich gehe mal stark leer. Hallo. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber... Was ist auch wahr? Es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden. Achso, hahaha, ich komme ja da wegen der Karre vom Bürgermeister. Da komme ich ja gar nicht weiter. Gehört mal in Keynes Haus. Ach ja, Deckert. Na, Deckbuch. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Ja, davor hat er hier noch ein Bad genommen. Ja, okay. Wir können dann natürlich durch. Da unten kommen wir sonst noch hin. Es geht nur da unten lang. Geht ja gar keine andere Variante. Ah, aber gut, dass hier eine Maustaste gedrückt halten geht auch. Das ist schön. Da bräuchte ich schon nicht klick, 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 klick machen. Da haben wir schon im Keller waren wir auch. Da müssen wir weiter nach Norden. Was ist eigentlich hier von der Lücke? Ah ja. Oh. Hm. Okay. Es sah kritischer aus, als es war. Gut. Dann schnitzeln wir uns da oben weiter. Dann schnitzeln wir uns da oben weiter. Hallo. Guten Abend. Ich suche jemanden. Hm. Hier kann ich da runter? Nein, kann ich nicht. Ah. Hallo. Ich brauche mehr Zeit. Wer war. Klinge hier alles in Schutt und Asche. Oh, das ist aber... Da unten ist auch echt gut. Der was? Hat der auch nichts? Nee. Die Höhle unter den Brunnen. Ah. Es ist getan. Ah, das war's. Ich muss nur drei Eier, ich muss nur drei Stück, muss ich ja entfernen. Nicht kotzen. Nein. Oh. Das ist eine neue. Stachel, Stachel was? Klammerkeller. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in den Klammerkeller. Was ist denn das? Eine Machtkugel. Was macht denn die Machtkugel? Ah, ein Stärkungszau. Warum denn Neverleben? 4,5 Sekunden. Bewegt euch schneller und tröller. Okay, ja, mach doch mal. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Hey. Drecksack. Ich fühle mich gesegnet. Stufe 4. Yay. Ah, jetzt kriege ich noch. Okay, wird mir automatisch zugeteilt. Das ist ja convenient. Zombiehunde beschwören. Wie lange habe ich die? Okay. Okay, aber ich gehe jetzt zurück. Wahrscheinlich kriege ich noch irgendeine... Die Höhle unter den Brunnen. Uh. Äh. Zack. Ah. Gut, dieses... Äh... Ist natürlich... Ich folge dem... Ah, Gold. Halt. 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 Bis... Naja, komm, wir steigen bestimmt gleich. Sollte ich hier die aufmache. Na, nein. Was ist das hier? Regenerative Scherbe des Gemetzels. Nehmen wir. Wie lange bleiben die denn da? Einfach... Ach so, einfach dauerhaft. Bis sie halt kaputt sind. Na gut, das ist ja... Da komme ich wieder... Ne, komme ich nicht. Wo komme ich wieder raus? Schon da. Okay. Sie haben einen leeren Ausrüstungsplatz. Öffnen Sie Linke. Was ist denn Ihr Inventar? Und tralala. Ja, ach so. Gegen dem... Ja. Zombie-Hunde. Ich kann einen Punkt vergeben, oder wie? Ja, oder? Machen wir Giftfall. Äh. Was ist denn das hier? Hatte ich den jetzt auf Level 2, oder was? Aber was habe ich denn da jetzt? Hä? Primär-Neu. Primär-Verteidigung. Primär-Sekundär-Umklammung der Toten. Da gibt es keine Stufen, ne? Oder war das nur, um die anzugucken? Ja, war nur, um die anzugucken. Gut. Boah, seid ihr hässlich. Hm, die Brücke war mal. Wieso bräuchte ich jetzt euer 2 Schüsse? Hm. Na gut, dann schlappen wir mal zurück. Spawnt das Zeug eigentlich hier irgendwann wieder, oder? Wäre ja ein bisschen typisch für Diablo. Hallo. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hallo. Ähm. Achso, nein, hä? Schäupt, tötet die scheußelige Königin in den alten Ruinen. Ja, aber ich komme da nicht, wo muss ich denn da hin? Oh, pff. Jetzt bin ich wie umsonst zurückgelaufen. Oh, Mann. Das ist ja echt nervig. Wo sollen denn die sein? Ich blick auf diese Karte noch nicht so ganz. Hier, da bin ich ja hier. Da ist hier der, äh, wer heißen das hier, wo wir hier sind? Neu Tristam. Und dann bin ich hier durch, hier durch, hier durch. Also ich würde erwarten, dass das das hier ist. Aber im mutrigen Keller waren wir schon. Da hinten waren auch keine alten Ruinen. Hier, ähm, in der Höhle unter den Traller waren wir auch schon. Gut, wir müssen den Weg einfach weitergehen. Na gut, okay, 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 okay. Ich hab's kapiert. Oh. Oh, kotzt der hier einfach am Weg. So geht's ja wohl nicht. Kommen wir da hin. Speicherpunkt. Die alten Ruinen. Ach ja. Mhm. Was ist das denn hier? Ein Wegpunkt. Ah, ja, okay. Ah, kleinbereit. Zack. Aber was ist denn hier? Schwert? Nein. Okay, gut. Aber Waffenstände. Ich hab's aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Ja, ich hab's aufgenommen. Oh. Äh, ausgerüstete Stoffe sind blau. Ja, wir nehmen doch den hier. Das leuchtet blau. Mitten rein. Jetzt merkt er ja auch nicht selber, dass er hier gegen den, gegen die Wand schießt. Hier. Na, na. Stachel-Scheu-Saal. Hoppala. Tja, ich glaub, die Fässer waren wohl statisch wichtig. Oh. Wir verstecken so viel Geld in einem Baumstumpf. Da bin ich doch reingekommen. Äh, da geht's nicht weiter. Hä? Achso, da komm ich, komm ich durch diese Tür durch? Wahrscheinlich schon. Hä? Hier wohl einen Schalter umlegen, oder? Achso, hab ich... Ach, ich hab gar nicht gemerkt. Ich hab die schon wieder um. Ey, das ist doch unglaublich. Soll ich die Quest-Ziele mal lesen? Ich dachte, der wäre tot. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Quest beendet. Regenerative Stoff-Tuniker. Hab ich jetzt bekommen? Okay. Äh, das ist, äh... Ja, sorry. Da ist meine Auskürste schon wieder besser. Die erste Quest und das Zeug, was ich bekomme, ist schon wieder schlechter. Kommt. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Blitzschaden. Soll ich das mal probieren? Wir probieren das mal. Zack. So, der ist schlechter. Der ist schlechter. Der ist schlechter. Der ist schlechter von schlechter. Äh, minderwertiges Schwert. Nein, weg damit. Ich verkaufe das erstmal. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren können. Hm, zurückkaufen? Waffen? Kann ich das... Das rechte Maustaste oder so? Auf keinen Fall. Ich will es nicht reparieren. Ich will es verkaufen. Nimmt der nichts an? Den nehme ich. Gibt es auch noch was für die andere Hand? Ne, gibt es nicht. Für Kopf und Schulter gibt es auch nichts. Edel, edel, edelin, edelin Brust. Edelin Brunst. Es steht geschrieben. Ein Feuer wird eine... Hm, 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 hm. Ist ja gut. Ja gut, dann müssen wir einen Wirt hier verkaufen, oder wie? Aber der gibt... Ach, hinten. Gut. Das ist doch wieder typisch. Freie Geschäfte sind das einzige, was in diesem Ort nicht wieder zum Leben erwacht. Äh, wä, 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 wä. Kann ich nicht hier... Nein. Hä? Ich will es auch nicht reparieren. Ich will es eigentlich verkaufen. Das kann ich nicht tun. Ich will es auch nicht reparieren. Nein. Hä? Wieso blicke ich das jetzt gerade hier nicht? Hä? Will ich zurück... Will ich noch nicht zurückkaufen? Wie? Liebespiel, bitte verkaufe ich das Zeug. Verkaufswert 27. Bekosten... Achso, will ich es erst da draufziehen, oder wie? Das funktioniert nicht. Hä? So ein Händler. Wer sehen könnt, gehen die Geschäfte miserabel. Es muss wirklich das Ende aller Tage gekommen sein, wenn die Leute noch nicht mal mehr ihre Sorgen im Alkohol ertränken wollen. Das kann ich nicht tun. Ich würde es gerne verkaufen. Hm, oui. Hä? Ernsthaft? Ohne Händler. Ich will nicht reparieren. Hi, boah, Jan. Darf ich das mal? Rechtsding zu verkaufen. Ah, danke. Da unten steht es. Okay, das wollte ich weg. Das wollte weg. Das wollte weg. Das sollte weg. Ja. L? Ja. Tagebuch. Quests. Warte, was ist? Q? Nein. Was ist denn hier mein Quest zum Tagebuch? J. Okay. Ich bin jetzt ein Wegpunkt von Neutristram und zusammen mit Lea zu den alten Ruinen zu gelangen. Ja, da war ich doch gerade. Lea betet dafür, dass ihr Onkel Deckard Cain trotz der Zerstörung der Katedralen noch leben möge. Die Geister sprechen nicht davon, dass er in Viro Aikora, da komme ich hier, so ich aussehe. Und auch wenn das nicht bedeutet, dass er noch lebt, gibt mir das Hoffnung. Hopp. Hopp, Obi-Wan. So. Wow, ich sehe aus, mein Schwertchen. Was ist da? Ach, hier ist ein, kann ich jetzt die... Hier, lasst mich das Tor öffnen. Ja, danke. Da bin ich sehr viel zu schwach für. Vatria war meine Mutter. Doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Kanntet ihr euren Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger. Der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Mhm. Tochter eines Kriegers. Erfolg. Stets ein Besuch wert. Dann. Zisch. War da echt irgendwann schon mal in einem Fass was drin? Schaut. Ein verborgener Keller. Folgt mir. Ja, ja. What could possibly go wrong? Da ist auch schon der Kessel. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass sie eine Hexe ist. Sie hat einen Kessel. Ja? Ja? Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber... Das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde Deckard Cain finden. Bleibt und deckt die Geheimnisse eurer Mutter auf. Wir brauchen sie vielleicht. Vielen Dank. Aiden ist die nächste Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch... Wohin auch immer er aufgebrochen ist. Die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Okay, was ist das Sternchen eigentlich? Ah ja, okay, kann ich mal. Wie ging Adria ins ungeformte Land ein? Ihr wollt wissen, wie sie gestorben ist? Nun, die Details sind schwammig. Aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterher zu jagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Soll ich den Schrecken in der Schrecken in der Schrecken in der Schrecken. Das soll ich da... Oh, ja, wahrscheinlich soll ich da oben hin. Hä? Vielleicht lebt Deckard ja noch. Die Strahler ist ja noch... Oh, Unheil, schwangere Musik. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Gibt es noch irgendwas? Nein. Das schießen. Nicht. Ah, ja. Hm. Na dann. Gut, wir haben noch ein bisschen Platz im Moment, ne? Platsch. Das geht auf die Knie. Hui. Hui. Hier ist es, wo das Feuer vom Himmel fiel. Seltsame Magie kommt aus der Tiefen. Si. Ich seh. Kaboom! Wie riesig ist denn das hier? Neues Wissen. Naja. Ja. Was macht das hier? Ah, okay. Weil ich wissen soll, wie die runtergeht. Ja. Aber ich glaube, wir machen an dieser Stelle wieder mal eine kleine Aufnahmepause. Und sehen uns in der nächsten Folge hier in den Kathedralen von Neuteristram. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, ein Abo, was auch immer. Bis zum nächsten Mal, ciao.